so das sind keine micro bots alter das sieht die dinge aus aus kingdom hearts coded ja komm mal her ja alles cool die gar was los ja ich kann halt auch so machen das recht alles gut donald es no fair why can't we hurt it we do oh yeah but the target escaped have you got any leads somewhere inside that thing there is a core it's what powers the whole cluster the core is the only way to hurt it now he tells us wasabi what happened let's just say so far so good guys i'm really tired of just dodging this thing freddy getting frustrated guys i'm on my way no hero hero you analyze the dark cubes wait did you just say dark cubes yeah they're dark they're cubes i call them like i see them every bad baddie needs a cool name yeah that's not cool we'll gather as much data from the dark cubes as we can hero figure out a way for us to beat this thing but guys i can't leave you out there all alone hero hero we are a team we need you at the garage we trust you so you trust us what should we do you protect the others i'll mark their position for you on your ar display hero time to go baymax all right alles klar baymax let's go jo dann mach das jo kein dingeling wir müssen so machen und so ich finde es so schick es sieht so geil aus ohne scheiß ich liebe king dem harz 3 so awesome alles klar was ja meinetwegen mach mal wie soll ich dir denn von oben erwischen so wems und schism und backer ja jetzt möchte ich nur gucken wo die anderen sind da hinten jetzt machen wir das so und ich meine jetzt genau oh yeah und tschüss das hat nichts gebracht jetzt hat auch nichts gebracht oder oh man wie ich dir einfach alle machen wir das so okay auch eine kluge idee das so zu machen richtig digger hinten kom 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 ja man was ja nur noch 100 100 meter und ab dafür big hero 6 action yeah shazam nein müsste man treffen eigentlich ja ich mach ja ich mach oh god shazam 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 nein bam kom kom yes scheiße okay nein boah webs und shazam ja und jetzt ja scheiße drecksviecher komm mal bitte her man was ist denn los mit dir ich komm so schnell nicht hinterher ich komm so schnell nicht hinterher das ist ein dezentes kleines problemchen hey scheiße ja komm her nein nein warum ja 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 und shazam das gibt's nicht donald könnte ja auch mal was machen aber nö ja der ist klar was ist denn nur los was ist denn nur los endlich cool danke ja sie scheint unverletzt zu sein ähm wo soll die jetzt sein die anderen mitglieder dahin oh oh die sieht gar nicht mehr so frisch aus komm 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 jetzt gibt's aufs fressbrett ey bruder was soll das und shazam danke dafür und weiter geht's webs oh oh niemand nein ihr könnt mich alle mal sehr schön na ich mach auch mal einen platt schazam schazam ja 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 zack der kriegt auch noch was ab sehr schön what the fuck ja hier oben komm her na na so jetzt bin ich mal gespannt ob hier die t-tasten gehen nein doch oder ne doch nicht sag guffi bombe jetzt bin ich mal gespannt geht das ne ok alles gut müssen wir dann so machen auf die alte herkömmliche methode hä oh oh deren leben ist gleich im arsch scheiße komm schon ja 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 das ja 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 Alles klar, Hero. Wir haben alles im Griff. Ja, ich mach ja schon. Ey, scheiß niemand. Geht mal alle weg hier. Oh, Shazam. Ja, können wir auch so machen. Und Shazam. Nice. Abfangjäger. Oh, okay. Oh, cool. Wir können ja einfach jetzt hochfliegen mit Baymax. Nice. Ja, ist angenehm, ne? Würde ich mal sagen. Okay. There's a lot of them. What do you suppose they'll do? I don't think we want to find out. I say, we destroy this thing! But without a strategy, we'd just be wasting our strength. If we knew where to strike... Sora, I got it. I'm sending you an AR software update. It'll show you where the core is. The Dark Cube's weak point. I'm coming to help. Huh? That's weird. Is it busted? Hero, who's dad on the display? That's not the display. He's really here. Huh? The black coat. He's back? Are you done messing around? What? Wait. That voice. Hold on. You know this guy? And now, enter the supervillain. He definitely has the vibe. Funny. Riku. But... As if this stupid experiment wasn't already a hassle. Huh? Oh? Where did you get that? Hero! Do you recognize it? Yeah. Not quite ready. That's the first chip I made for Baymax. It's full of combat programs. Huh? Uh-huh. Programs? Yeah. They tell Baymax how to react. Does that mean... It's like his heart? It does. More then. Riku! Cool! Oh, no! Sora, I'm on my way. I'll look after my team. You guys find the dark youth. Remember to use the AR device to target the core. I got it! Alles klar, so machen wir das doch.